Was heute geschah Tottenham entlässt Trainer Antonio Conte Entwarnung bei Nico Schlotterbeck nach Verletzung vor dem Klassiker Neuer Modus der Klub-WM mit 32 Mannschaften ab 2025 offiziell bestätigt Freiburg verlängert mit Lukas Höhler Leimer Transfer zu den Bayern trotz Nagelsmann aus kurz vor Abschluss Alaba Comeback bei Österreichs Last-Minute-Sieg gegen Estland